Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des SteelScore Adventskalenders. Heute ist der 18. Dezember und heute gehen auch natürlich wieder drei Skins an euch raus. Der erste Preis wäre eine Tekna Ice Cape, der zweite Preis dann eine Glock 18 Weasel und der dritte Preis wäre dann die Tekna Ice Cape, was ich finde eigentlich eine der besten Tekna Ice Skins ist, so by the way. Für die Leute die zum ersten Mal einschalten, erster Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu dem Video in dem ich erkläre wie ihr teilnehmen könnt und was es zu gewinnen gibt, wobei die Preise, die eigenen Preise, was geplant Sachen sind eh schon alle raus, deswegen improvisiere ich da immer täglich jetzt und hab schon ein paar Skins nach, organisiert, die was jetzt dann halt noch zusätzlich rauskommen. So, ähm, was ist noch, will ich gleich mal über die Gewinner ziehen, weil sonst gibt es ja heute nichts zu sagen, bis auf, ja die Gewinner von gestern setzen ja heute natürlich wieder aus und sind somit erst morgen wieder mit dabei. Gut, der erste Preis war dann auch gleich die Tekna Ice Cape, die geht raus an LP mit Spike, geht's halt an dich, du was gehst dann nicht dabei, wenn wir gewinnen, somit bekommst du heute die Tekna Ice Cape. Der zweite Preis war die Glock 18 Weasel, die geht raus an den, nein, das ist gerade die Ice Cape geworden. It's und das Spiel kommt heute der Unclown Minecraft Hacking and More Name. Krass der Name. Geht's jetzt an dich, Boy. So, ähm, das war's dann auch schon mit den Gewinnern für heute. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über den Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert mich, wer mich noch nicht abonniert hat, um auch bei den Laufhänden, also nächsten Tagen dabei zu sein beim Giveaway, beziehungsweise, ja, klickt den ersten Link in der Videobeschreibung und erfahrt ihr ja, wie ihr teilnehmen könnt. Und, dann wollte ich euch noch fragen, seid ihr schon halbdorf Weihnachten, weil in ca. 6 Tagen, äh, heute ist Sonntag, Samstag ist dann schon Weihnachten nächste Woche. Und, ja, ansonsten war's dann auch noch wieder für heute und ich sag tschau und bis morgen, euer Alex. Bis zum nächsten Mal.